Hallo, hallo, hallo. What geht? Wir spielen heute... Tevern Manager Simulator. Mit ner Twitch-Connection. Ich freu mich da schon drauf. So. Wie man unten sieht, kann man mit Ale im Spiel erscheinen. Oh, Bretter. Okay, Reinigung der Traverne. Halten Sie die Traverne sauber und beseitigen Sie den Schmutz rechtzeitig. Einige Kunden können unzufrieden sein und sogar abwenden. Sie können... Reinigung der... Sie können kleine Rückstände entfernen, indem Sie mit der linken Maustaste draufklicken. Flecken auf dem Boden können Sie mit einem Mob gereinigt werden. Öffnen Sie das Werkzeugmenü, indem Sie die Tabulator-Taste gedrückt halten und den Mob auswählen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und... okay. Dann räumen wir hier erstmal auf. So. Neue Aufgabe. Äh, ja. Ah, nun brauche ich was zum abdecken. Okidoki. Okidoki. Hey. Jetzt machen wir es wie zu Hause. Wir decken einfach alles ab. Papierkram erledigen. Oh. Dies ist der Tavernen-Management-Schreibtisch. Sie benötigen es, um die Taverne zu verwalten. Füllen Sie Ressourcen auf, kaufen Sie Möbel und Dekoration. Bestellen Sie die benötigten Ressourcen im Bereich Ressourcen. Um Sie, äh, den Waren zu kommen, klicken Sie auf Schaltfläche Plus. Unterhalb der Ressourcen anschließende Lieferung. Ok. Ok. Ne Schatzkarte. Ok. 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 Dann bestellen wir erstmal Ressourcen. Wie viel? 50 haben wir. Also können wir 10 Bier bestellen. Lieferung. Nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben, warten Sie, bis der Warenkorb mit den Ressourcen eintrifft. Erhalten Sie die Ressourcen, wenn Sie mit der linken Maustaste draufklicken. Alle Ressourcen werden automatisch in den Sack gelegt. Äh, bringen den Ressourcenbeutel zum Lager. Ressourcen erscheinen automatisch am gewünschten Arbeitsplatz. Behalten Sie die Ressourcen im Augen und füllen Sie Ihre Vorräte vor rechtzeitig auf. So, hier sind ein paar neue Sachen dazu gekommen. Great Castle. Ohne Einladung des Königs werde ich nicht ins Schloss gelassen. Lieferung ist da. Ok. Ok. Da kann ich noch nicht rüber. Oh. Oh. Who is that? Meine Freunde sind auf den großen Berg gegangen. Oder auf den Vulkan. Du kannst hier diesen Tisch hauen. Ich habe ihn für sie gemacht. Nice. Haubert Höhlen. Oh. Was ist das? Haubert Höhlen. Oh. Was ist das? Ok. Oh. Klein Moment. Was hat geklingelt? Untertitelung. BR 2018 Okay, es ist ein Paket gekommen. Ich glaube, das hier deaktiviere ich jetzt aber. Hallo Lala. Was geht bei dir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt es eine Karte? Oh, nee. So, da hinten hat ein Feuer gebrannt. Da werde ich mal hingucken. Oh. Oh Gott, das ist Dark Souls. Okay, Dark Souls gibt es also auch. Yay, ich habe einen Schatz gefunden. Da hängt jemand im Baum. Okay. Das ist Naruto. Auf die Kacke. Okay, dann holen wir erstmal unsere Sachen. Oh. So. Äh. Äh. Großelf. Betrunkener Kobold. Grauelf. Böse. Okay. Hallo. 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 Ich bin in die Kneipe. Ja. Wohlgenährter Hahn. Graupferd. Einäugiger Hahn. Stolzes Pony. Gepatch. Basilist. Wohlgenährtes Pferd. Vielfraß. Bösdrachen. Böse. Dungler. Oh. Schwarz. Fische. Oh. Betrunkener Drache Hey Jo Öffnen Sie Ihre Taverne, damit Kunden eintreten können Drehen Sie dazu die Säule mit dem Schild Drehen, nähern Sie sich und drücken Sie die linke Maustaste Sie können die Vorzeichen jederzeit ändern Sie können auch jederzeit schließen, zum Beispiel um Geschäfte in der Taverne zu erledigen Ohne vom Kunden abgelenkt zu werden Nice Oh, Grand Opening So, und wenn ihr jetzt ALE in den Chat schreibt Ronny, wir brauchen mehr mehr Klicken Sie mit der linken Maustaste um mit der Erstellung einer Bestellung zu beginnen Habe ich Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um eine Tasse einzuschenken Lassen Sie die linke Maustaste los, wenn sich der Pfeil im grünen Bereich befindet Wenn Sie das Getränk verschütten, vergessen Sie nicht aufzuräumen Rufen Sie die Bestellung vom Stand ab, indem Sie mit der linken Maustaste klicken Servieren Sie die Bestellung dem Kunden, indem Sie mit der linken Maustaste auf den Tisch des Kunden klicken Bemühen Sie sich um qualitativ hochwertige Bestellung, um Trinkgeld zu erhalten Um, ja Oh Habe ich es jetzt gebackt? So, immer dieses Sie, warum so ernst Hä So, ihr könnt Oh Gott Hä Äh, ich freue mich Sie in meiner Triverne zu sehen Okay Achso, die Ist halt ein ernstes Spiel, würde ich sagen So, ihr müsst mal Ale in den Chat schreiben Oh ja, die Oh, guck mal, wer da ist Oh Ein Bier für dich Und da steht sogar der Chat Oh, wie gut Dankeschön Hä Höflicher Gastgeber So, manchmal hinterher ist ein Schurz auf den Tisch Schmutz, schade So empfindet es Okay Klicken Sie auf, halten Sie die linke Maustaste gedrückt Um Schmutz zu entfernen Jetzt enden Sie mit ganz anders Klar So, ich glaube Die Benachrichtigung hier können wir ausschalten Das nervt ja mehr als es hilft Oh, ich bin so thirsty Oh See you later Ach, verdammt Um Geld zu Gäste bedienen Sie können die notwendige Bestellung an verschiedenen Arbeitsplätzen vorbereiten Vergessen Sie nicht, den Tisch nach den Kunden abzuräumen Hello, Meister Okay Oh Hä Bin ich jetzt am Arsch? Habe ich einen Bug gefunden? Oh, ich glaube ich habe einen Bug gefunden Hallo, Janik Ja, ich weiß Ich will dir ja helfen Kein sauberes Wasser Ich habe hier sauberes Wasser Oh Also beim letzten Spiel Ja, gehen wir mal besser zu Moos nebenan Warte, ich gucke mal eben, ob hier irgendwas in den Community Notes drin steht Nee Nee Support Nee Diskussion war es 0 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich guck mal, ob ich hier... Ja, ne? Ich guck mal, ob ich hier... Muss ich das kaufen? Hm? Okay... Jetzt können sie schlecht zubereiten, sodass sie nicht hier konsumieren... Okay... So... Winkelmaustaste gedrückt... So, ich... äh... Starte mal eben das Spiel neu... Also Lala, es kann auch sein, dass einfach die Sachen überlesen worden sind oder sowas... Davon gehe ich jetzt einfach mal aus... Also ich würde das nicht persönlich nehmen... ... 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 Pure water. ... ... ... ... ... ... Vielleicht muss ich mit dreckigem Geschirr zu irgendwo hingehen. Ich habe einen Schraub und ich habe einen Schraub. Also, oh Gott, ich glaube, ich habe eine Quest übersprungen, wodurch ich die Probleme habe. Ich glaube, ich fange nochmal neu an. Man sollte nicht Sachen machen, die man schon, die man noch nicht machen soll. Machen wir jetzt nochmal. Okay, das haben wir schon. Und nochmal alles sauber machen. So. Okay. 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 So. So. Okay. Okay. So. 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 Okay. Hmm? Was ist das? Wir wollen dich nach dem Vorfall mit dem vergorenen Bier nicht mehr im Dorf sehen. Hmmm Neue Aufgabe 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 Öffne Dich Ok, ich öffne mich. Neue Aufgabe Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Oh, 6 Perfect Mugs in 1 Go und 10, ok, nice, oh Schmetterlinge, so jetzt kann man wieder ALE schreiben. Hallo erstmal. Schön, dass du in der Traverne bist. In-keeper! Thanks, darling! So. Oh. Thank you and goodbye! Goodbye. Ah, schön. Unsere eigene kleine Kneipe. Oh. Oh. See you later. Oh, I'm so thirsty. See you later. Zeit, das Geschirr zu waschen. Dann schließen wir mal eben und gucken mal, dass wir abwaschen. Das hat gefehlt. Oh, I'm so thirsty. Ich dachte, ich habe geschlossen. Oh, I'm so thirsty. Oh, okay. 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 So, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Unpassender Ort. Oh, nice. Okay, dann ordern wir erstmal wieder Bier. Oh. 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 2. Oh, das hätte ich noch mitnehmen müssen. Dekoration, oh, okay. Okay, Nacht, okay, dann bestellen wir erstmal Ressourcen. Und dann schlafen wir eine Runde. Bis zum Morgen schlafen. Go to bed als neues Nice. Oh. 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 All right. Zitzen So, und jetzt können wir wieder aufmachen. So, und jetzt könnt ihr wieder Ale schreiben. Steigern Sie Ihren Ruf, okay. Okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, so cool. Oh, gestor! Oh, gestor! Thank you and goodbye! ... 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 Oha. Set Nummer 2. Oh. So, Taverne, neue Kunden, einzige neue Ereignisse, neue Arbeitsplatz, Assistent einstellen, Fädenhelfer plus ein neuer Beruf für Helfer, Geschirrspüler. Okay, dann schlafen wir mal ne Runde, ja. Dann öffnen wir die Taverne. Okay. 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 Hello. Oh, die wollen einen Dreiertisch haben. Was kostet der, der... 65, okay. Goodbye. Okay. Okay. Und noch eine Dreiergruppe? Oh, Lord, I need a drink. Okay, jetzt. Oh, Lord, I need a drink. Oh, Lord, I need a drink. Oh, Lord. So, einmal mit allen Schnacken und dann machen wir die Tür hier vorne zu. Oh, Lord, I need a drink. 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 Snacks können so Viel Spaß beim Einkaufen Ich hoffe du landest nicht in einem Gewitter So 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 Dann starten wir mal So 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 Tablet Kellner und Koch So 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 Okay Okay Oh. Oh, jetzt kann ich endlich einen Tisch bauen. Oh. Ups. Zu schnell gedrückt. Hmm... Und eine Wurst. Oh, was wollte ich? Drei Bier. Okay. Neues Level. Neues Level. So, was wollt ihr? Oh. So, was wollt ihr? So, dann schließen wir die wieder. Nice. Will someone serve a hungry traveler? Okay. 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 Ja, ja. Ich weiß. So. Okay. 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 Das war's für heute. So, Lieferung Möbel. Es gibt nichts mehr. So, Lieferung Möbel. Okay, da passiert nichts. Aber jetzt läuft der hier besoffen rum, oder was? Oh, ja. So. So, nice. Oh, das war knapp. Oh, das war's für heute. Okay, dann schlafen geht. Dann machen wir auf. Oh, das war's für heute. So. Oh. Oh. So, Wut geht? Da kommen keine Leute. Kommen jetzt welche? Jo. Ja, ich spiele hier den Tavernmanager Simulator und bin ein bisschen durch die Gegend gelaufen und habe das Master Schwert gefunden. Also es gibt hier anscheinend viele Easter Eggs. Oh, was kostet denn die Level 4? 250. Okay. So, was können wir dir? Ein Bier. So. Schauber gemacht. So. 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 Das fand ich nicht ganz so cool. Ich glaube, das kann man eher mit mehreren Leuten spielen. Und dann halt hier das. Wenn ich mich richtig entsinne, war das nicht ein, äh, wo du auch Suppe und sowas servieren konntest? Ein Bier und eine Wurst. Sprechende Heuschrecke sagt mir jetzt gerade gar nichts. Das wird dann wahrscheinlich wirklich das andere gewesen sein. Sprechende Heuschrecke. Jo, viel Spaß dir. Und hallo, Yannick. Äh, ich habe die Taverne leider geschlossen. Deswegen ist hier gerade aktuell keiner. Aber wir haben jetzt eine Toilette. Soil. 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 So, neun Bier. Ja, so mach ich das auch zuhause sauber. So, den wollte ich kaufen. Sie haben eine Bratpfanne. Sie finden es extra, indem Sie die Tabulato-Taste drücken. Damit können Sie einige ungebetene Gäste vertreiben. What's the fuck? Verbesser. Mehr Platz an der Theke. Okay. Oh, wir können jetzt 20 machen. Okay. Oh. Oh, und wir können jetzt Würstchen verkaufen. Das ist so. Verdammt. 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 Oh. So, jetzt. mache ich wieder auf ja mal sehen ob das klappt oh da kommt schon der erste Gast oh vielleicht musst du jetzt noch mal schreiben oh warte ich weiß warum weil ich das Spiel zu oft neu gestartet habe und noch mal warte kann ich auch selbst schreiben oder muss ich groß schreiben oh oh geil mal sehen ob du die bekommst ne kriegst leider nur ein Bier ja und goodbye Nein! Ah, wie gut. Ah, dass das echt so gut geht, das freut mich. Und vor allem, dafür brauchte ich nichts installieren, sondern das hat er von Haus aus gemacht. Das fände ich geil. Ah, das ist so gut, das ist so gut. So. Goodbye. Ein Bier und ein Würstchen. Oh, guck mal wer da kommt. So. Vor allem Rudi Hartmann. Jetzt bekommst du auch deine Wurst. Die ist kein Problem. Ist das Kacke. Vor allem der Chat wird einfach eins zu eins übertragen. Moin Jabobabu. Auf Wiedersehen, danke für das Genießen einer Wurst. Ich glaube, jetzt gehst du noch reichlich kacken, würde ich sagen. Ne, wenn du Ale in den Chat schreibst, wirst du als Gast registriert und dann werden deine Chat-Eingaben übernommen. Was kann ich ihnen bringen? Zwei Würste. Oh ja. Für eine Verstopfung hast du nicht gesorgt. Also können wir froh sein. Oh ja. Vielen Dank. So, dann bestellen wir nochmal. Verbesserung für 71. Hallo? Oh, zweites Regal. Okay. Ich habe das Spiel heute auf Steam entdeckt und fand es ganz cool. Ich habe gerade gesehen, dass du es zockst. Gibt es zu Gästen hier und da auch mal Background-Geschichten? Nee, so nicht. Aber es gibt wohl anscheinend eine Hexe. Oder was auch immer die ist. Hallo, Shell-O-Mat. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und die battelt wohl. Hallo, Hanna-Schäfchen. Hi. Okay. Ungewöhnliche Kunden Sie werden immer beliebter und erregen Aufmerksamkeit. Manchmal kommen ungewöhnliche Kunden zu Ihnen. Jemand bittet möglicherweise um Hilfe, während andere möglicherweise lautstark sind. Um mit einem Kunden zu sprechen, klicken Sie mit der linken Maustasse auf ihn. Seien Sie höflich zu allen, hören Sie ihnen zu und bedienen Sie sie angemessen. Hallo? Ja, äh, selbstverständlich. Give money to a beggar. Ihr müsst Ale in den Chat schreiben. Zwei Bier und ne Wurst. Und man kann halt mit jedem Gast sprechen. Und irgendwie sehen die Gäste aus, als ob sie frisch aus, äh, WoW kommen. Und... Ja, genau. Und dann der nächste Gast. Oh. Bitte, bitte. Genau. Und der nächste Gast, der reinkommen sollte... Oder die nächsten Gäste... Oh, guck mal. Und wenn ihr jetzt in den Chat schreibt... Also, Hannah Schäfchen ist schon drin, ne? Dann kommt das angezeigt. Das ist so gut. Oh, dreckiger Tisch. So. Und das kommt von dem Spielhaus aus. Natürlich ist hier ein bisschen Auto-Modding drinne. Ähm, das heißt... Es wird kontrolliert, äh, was geschrieben wird durch den, äh, Chat selbst. Äh, äh, durch den Chat, durch Twitch selbst. Aber so wird eigentlich alles übernommen. Ja, leider nicht. Das gibt's nicht. Ja. Du, du hast ja aber Dreck hinterlassen, aber wegen dem muss ich jetzt die Tischplatte putzen. Oh. Da kommen weitere Gäste. Oh. Und Hannah geht aufs Klo. Okay. Hallo, Jabobabo. Hallo, Schleomat. Hallo, Schleomat. So. Zwei Bier und ne Wurst. Oh Gott. Moin. Ich hoffe es geht Ihnen gut an diesen schönen Abend. Auf jeden Fall ist es nur... Schleomat. Oh. Oh. Okay. Aber sonst ist hier nur sehr warm. Und wer hat gepinkt, Lala hat gepinkt. Oh. Oh. hat die Toilette verstopft. Oh. Das ist so gut. Schau. Toilette wieder sauber. Dreckiger Tisch. Sauber. Äh, ein Bier für Yannick. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Äh, wo bin ich lang? Da. Ich glaube, ich war heute hier schon mal. Ich glaube auch. Du bist so ein Persönlichkeiten-Wechsler, oder? Hallo. Ein Bier. Äh, nee, so ein Gestalten-Wandler. Aber zumindest ist Hallo-Sagen. Ja, bitte, bitte. Nur Dreck hier hinterlassen. Ist klar. Ja. Thank you and goodbye. Lala braucht einen neuen Kühlschrank. Das ist kacke. Vor allem 400 Euro. Ist ein bisschen sehr teuer. Hast du mal auf Ebay-Kleinanzeigen geguckt, ob es da was gibt? Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich nur das Tablett abladen. Äh, ein Bier und eine Wurst. Bitteschön. Und die haben hier dreckige Füße gehabt. Geht ja mal gar nicht. Oh, Hannah und, äh, Shallow-Mart sind zurück. Äh. Ein Bier, bitte. Eine Bier und eine Wurst. Kriegen wir hin. Bitteschön, die Dame. Das hat sogar funktioniert. So. Ach, schon wieder Fußspuren hinterlassen. Jabo-Babo ist auch zurück. Ich glaube, ihr habt ein dezentes Alkohol-Problem, wenn ihr die ganze Zeit nur in Kneipen unterwegs seid. Nein. Oh, gut. Nein, wir doch nicht. Nein. Ich glaube, ich muss gleich mal die Kneipe sperren. Oder? Janik ist auch schon wieder zurück. Das ist mies gelaufen. Bier und Wurst. Ja, ich komme ja schon. Das wird ja hier richtig Arbeit. Oh ja, der Wirt ist am wirbeln. Auf jeden Fall. Äh. Äh, bis... Äh, wahrscheinlich bis ich kein Bier mehr habe. Zwei Bier und... Nee. Oh. Zwei Bier und eine Wurst. Bitteschön. Dankeschön. Sobald das Bier leer ist, streiken wir. Ja. Darf ich auch streiken? Ja. Jabo hat die Toilette heile gelassen. Das ist schon mal sehr gut. Gut. Ein Bier, okay. See you later. Hannah und Shellomart sind wieder da? Der Name. Zweimal Wurst. Bitteschön, die Dame und der. Ah, erstmal Runde nach der Runde. Okay, Gassen. Hast du auch Pizza? Nee. Leider nicht. Oh, noch ein Bier. Oh, sorry. So, jetzt müssen wir aber die... Äh... Barschbären. Sorry. Anna, wollen wir nicht irgendwie... Wir essen beide eine Wurst. Oh Gott. So, zwei Bier und eine Wurst. So, zwei Bier und eine Wurst. Ihr habt mich hier gleich leer gekauft. Und die hier ist eine Säuferin. Was? Es gibt keine anderen Plätze. Laufen dann die Leute, die jetzt nicht reingehen durften, hier lang? Auf Wiederschönen. Oh, ja. Die laufen einfach hier lang, ohne reinzukommen. Danke für einen Einkauf. Jemand hat in die Taverne gekotzt. Was soll denn das? Oh, ich glaube, da wird es der ganze Bildschirm voll mit den Ansagen. So, aber ich wollte jetzt erst mal... So, jetzt kommen wir nämlich in Gebiete, da war ich noch nie. Und zwar Taverne Stufe 4. Oh mein Gott. Vielleicht gibt es wirklich Pizza. Da geht ja gar nichts mehr. Da war richtig crazy. Und die arme Toilette. Ja. Oh. Lol. Okay. Ihr lauft da jetzt so lange lang, bis ihr wieder reinkommt anscheinend. Oh. Ich habe jetzt Helfer. Feenhelfer. Ihr süßes Lokal hat wilde Feen angezogen. Jetzt ist ihr Zauberbaum in ihre Küche gewachsen und sie können ihnen im Haushalt helfen. Kaufen Sie zunächst im Upgrade-Menü ein Haus für eine neue Fee. Jede Fee kann zu einer Aufgabe, zum Beispiel Geschirrspüler, geschickt werden. Nutzen Sie dazu das Menü im Feenbaum. Während Sie spielen, schalten Sie weitere Spezialitäten frei und erhalten mehr Feen. Indem Sie einen Job über einen längeren Zeitraum erledigen, sammeln Feen Erfahrungen und beginnen diesen Job besser zu erledigen. Feen arbeiten umsonst, aber sie wollen essen. Feen fressen Feenstaub. Sie müssen regelmäßig Feenstaub im Laden kaufen und ihnen über das Menü neben dem Bauhaus platzieren. Feen staubieren. Ich habe noch 126. Kostet 200. Oh mein Gott. Oh Gott ich kann weitere Sachen kaufen. Oh Gott. Das wird ja maximal stressig. Oh. Hups. Gott, oh Gott, oh Gott. Danke für den Follow, Hanna. Und viel Spaß beim Katzenfüttern. Äh, mieten sie ihn. Oh mein Gott. Jetzt muss ich auch noch Feuerholz hacken. Okay. Dann verkaufen wir erstmal noch ein bisschen Sachen ein. Ja, ich habe gerade aus Versehen, ich dachte weil sie betrunken ist, müsste ich sie so rausschmeißen. Das war leider nicht der Fall. Äh, das tut mir auch sehr leid. Tail und Tail. Genau. Das meinte ich auch. Das sah mehr nach einem Multiplayer-Kampfspiel aus. Mit einer Taverne dabei. So. So. Ist es auch, glaube ich, ja, das kenne ich auch. Jaaaa. Da bin ich aber auch auf die Vollversion gespannt. Also gewischtlistet ist es auf jeden Fall. So, erstmal schön wieder Bier abfüllen. Damit wir genügend Stoff haben für unsere Gäste. Äh, es sah halt nur danach aus. Aber Multiplayer auf jeden Fall. Das, das freut mich. Ich glaube, das werde ich dann mit Mamie oder so zusammenspielen. Und mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Und mal gucken, wie das Ganze funktioniert. So. So. So, wir brauchen 200 Goldmünzen für das Fäden-Update. So. Dann gehen wir nochmal eben fix schlafen. Oder auch nicht. Ich will nur eben fix, dass es der nächste Tag wird. Die Traverne ist geschlossen. Man kann übrigens bei den Kobolden ein Darlehen sich holen. Hier gibt es Sachen zum Erkunden. Danke, Janik. Das wäre nicht nötig gewesen. Oh, ist er im 20. Juni draußen. Oh, okay. So. Aber ich muss leider eine kleine Enttäuschung für alle bereitstellen. Äh, in diesem Spiel gibt es keinen Death-Counter, weil es hier glaube ich keine Tode gibt. Ach, dann öffnen wir jetzt einfach so die Taverne. Guck mal, da kann ja nicht... ...gleich reinkommen. Ziegenbursche, viel Spaß noch. Und einen schönen Abend hier. Ciao. So. Boah. Ich bin raus. So, das war gestern so cool. Oh Gott. Ja, gestern war echt lustig. So. Janik und Hanna sind da. Und wollen 2 Bier und ein Würstchen. Na ne, erstmal nur eins. Den letzten habe ich aus Versehen mit einer Bratpfanne gehauen, der drei wollte. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ihr habt den Tisch wenigstens mal nicht dreckig gemacht, das ist auch schon viel wert. Was sind das denn, wieso stinken die? Und die verlieren Müll. Das Spiel ist schon viel wert. Hier ist wieder Schrot. So. So. Und so lange will ich hier keine reinkommen, wie die da sind. Ist ja krass. So. 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 lustiges Easter Egg. Nein. Nein. Ich kann nicht singen. Danach muss ich euch auch noch Schmerzensgeld bezahlen, nur weil er eure Ohren anfangen zu bluten. Das hier ist übrigens der Dekotree. Und da steckte das Master-Schwer drin. Also falls ihr Zelda gespielt habt, Ocarina of Time zum Beispiel. Und das hier müsstet ihr eigentlich auch kennen. Hier haben wir schön Dark Souls. Und da haben wir noch ein Easter Egg, was ich gefunden habe. Ich glaube, das sind bis jetzt alle Easter Eggs, die ich gefunden habe. Sag mal, Freund, er soll nach Hause kommen. Und kommt euch der irgendwie bekannt vor? Das war Naruto. Oh, Sternschnuppen. Ja, und warte, Sasuke habe ich auch noch. Da ist Hasuke. Ach ja, und hier ist das Master-Sword. Das ist richtig geil. Ach ja, und beim Ogre habe ich einen Fisch an der Wand geklaut. Ach ja, und es gab hier noch einen Gnom. Der befindet sich oben auf dem Dach. Und hier steht einfach Oh, und da gibt's noch einen. Take me to. Und die bezahlen einen. Na, grad sehen die gruselig aus. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Das ist voll zusammengewählt, aber so richtig. Na, klar soll das laut sein. Das soll ja auch über das Spiel hinaus tönen. Ähm. So. Und wir können den Laden wieder aufmachen, weil es jetzt Tag ist. Kann man da irgendwie hoch? Nee. Na, Shell-O-Mart möchte eine Wurst. Ei. Hallo. Oh. Hallo, Pferd. Du hast Würstchen für mich. Helfer. Okay. Oh Gott. Ihr habt euch einen Dreiertisch geholt? Und Janik, was bist du für ein Aufreißer? Danke. Bye-bye. Hallo. 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 Oh, endlich wieder ein edler Tropfen. Ein ganz wilder. Okay. Ja. Ja, ein Bier. Selbstverständlich. Hallo. So, viel Spaß euch noch. Oh, der war noch nie da. Oh, ich bin so faszinierend. Ingeber. Okay. Hier hast du noch ein weiteres und du willst eine Wurst haben. Okay. 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 Das sieht auch noch in Ordnung aus. Das sieht alles in Ordnung aus. Hier sind keine Dreckspuren. Nabben. Nabbenzuschauer. Und wenn ihr Ale in den Chat schreibt, seid ihr natürlich auch wieder hier mit vertreten in dieser guten Stube. In irgendeinem Königreich, was hart nach WoW erinnert. Und noch eine Dreiergruppe. Raus mit dir. Raus mit dir. Drei Bier. Ja. Bonbon-Grafik auf jeden Fall. Ein Bier. Prost. Nein. Wartet einen Moment hier, euer Bier. Ich hoffe, es wird schmecken. Goodbye. So. Und die Muskeln an der falschen Stelle. Bei Kneipengängern entwickeln sich eher die Muskeln nach vorne raus. Oh. Hanna, du hast dich ein wenig verändert. Dir ist ein Bart gewachsen. Auf Wiedersehen, ihr beide. So. Oh, du hast hier Sushi gemacht. Nice. Ja, ich habe die Taverne wieder geschlossen, weil wir zum einen leergekauft worden sind und zum anderen will ich gucken, was der Elfenhelfer macht. Oder der Feenhelfer. Hire your first ferry. Oh, cool. Ich brauche Brennholz. Um am Arbeitsplatz ein Feuer zu entfachen, benötigen Sie Brennholz. Sie können Brennholz mit einer Axt tragen. Okay. Nehmen Sie die Axt, indem Sie mit der linken Hand draufklicken, halten Sie die linke Muskel gedrückt, um zu schwingen. Lassen Sie über den Protokoll los. Okay. Tragen Sie Brennholz zum Arbeitsplatz. Sie können sich später für eine Hochholzscheite lagern. Verpflegen. Okay. Und hier kann ich sagen... Ändern. Geschirrspüler. Okay. Oh, danke Lala. Oh Gott. Sauber. Nicht die Fliegen mit dem Besen erschlagen. Ja, ja. Genau. Guten Appetit. Das wäre cool, wenn ich mir einen Koop hätte. Ja, auf jeden Fall. Die macht jetzt hier sauber und wir könnten mal gucken... Hallo, hallo, hallo. Hi. Hallo, hallo, hallo. So, wir sollen noch Holz hacken. Oh Gott, ist das dumm. So, dann können wir alle bei der Körke in die Kneipe einfallen. Alles sehr laufen und fressen und kostet eine Gaske... Ja, genau. Ich kann nicht richtig zuhauen, leider. Du bist mal noch netter. Okay. Lala, mach keinen Scheiß. Hier ist nichts von Nöten. So, Moment. Du bekommst den Rest von Nöten. Nein, also... Du brauchst nichts machen. Du kannst einfach nur zukommen. Wenn du möchtest. Dankeschön. Wieso kommt jetzt ein Hype-Train? Warte zur Hölle. Ich muss mal rüber in meine Raid-Gruppe. Viel Spaß dir. Und grüße mal unbekannterweise einfach. Und danke nochmal. So. Oh Gott. Brauchen wir noch einen Eimer Wasser. Oh Gott. Jetzt müssen wir auch noch Gemüse kaufen. Oh Gott. Das wird ja hier richtig Arbeit. Danke, Lala. Äh, und was? Wieso denn 1200? Das ist doch... Das ist ein bisschen übertrieben. Dankeschön. Hype-Train ist das, was hier oben gerade durchfährt. Ich habe keine Ahnung, was der eigentlich bringt. Das ist aber einfach nur... Damit kann man Emotes oder so freischalten. Okay. Der erste Hype-Train und Direktstufe 2. Oh ja. Das ist ein bisschen verwunderlich. Aber... Danke nochmal. Das wäre hinten und vorne überhaupt nicht nötig gewesen. Das ist ein bisschen Hardcore. Oh. Braucht Wasser. Dankeschön. Guter Content wird belohnt. Ja, danke. Aber... Ich... Äh... Bin nicht drauf angewiesen, sage ich mal. Deswegen... Das... Tut wirklich nicht nur gut. Also... Ja, das mit dem Finanzsamt habe ich vor sich selber schon alles vorher geklärt. Oh. Guckst du schon länger, Lala? Ja, Lala gehört schon fast zum Inventar. Ja, ich weiß, das muss ich mit dem Finanzamt klären, aber... Ich bin mittlerweile schon Mitglied bei der IHKA. Und weil ich ein Gewerbe gegründet habe, weil ich die... Äh... Sache mit dem... Na, wie heißt das gleich noch? Mit der... Äh... Besseren Bitrate haben wollte. Und dafür brauchst du ein Kleingewerbe, damit du das hier in Deutschland betreiben kannst, ohne dass du Steuerhinterziehung betreibst. Also... Da habe ich ganze... 30 Euro dafür investiert. Oh. So. Ist euch auch so warm? Oh, wir sollten noch Gemüse kaufen. Okay, das ist cool. Viel Spaß euch noch. Ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Ja, auf jeden Fall. Also, bis jetzt kann ich das Spaß... Äh, das Spaß... Das Spiel nur empfehlen. Macht echt Laune. Oh. Jetzt können sie Suppe kochen. Um Suppe zu kochen, braucht man Wasser, Brennholz und Gemüse. Sie finden Gemüse im Laden, Wasser im Brunnen und sie müssen Brennholz haben. Okay, habe ich. Wenn sie mit dem linken... Während sie mit der linken Maustaste klicken, entzünden sie das Feuer unter der Suppe, indem sie Holzscheite werfen. Halten sie die linke Maustaste gedrückt, um das Gemüse in den Topf zu ziehen. Lassen sie die linke Maustaste los, um das Gemüse im Wasser zu werfen. Nehmen sie die Schöpfkelle, indem sie mit der linken Maustaste draufklicken. Rühren sie die Suppe um, indem sie die Maustaste im bewegenden Kreis bewegen, sodass der Pfeil nach Ablauf der Zeit im gelben oder im grünen Bereich landet. Behalten sie die Bewegung im Auge und lassen sie die Suppe nicht zu lange kochen. Oh Gott, das arbeitet ja in Arbeit aus. So, elendig warm. Yo, oh. Level 1 Train Emote. Frogpanda. Krass. Ja, okay. Äh, krass. Hä? Ah. Okay. Ah, cool. Es ist Zeit, Kunden zu bedienen. Okay, dann machen wir wieder die Türen auf. Und alle können wieder Ale schreiben. Noch eine zweite Reihe Haken. Verbessert den Arbeitsplatz für Spüle. Verbessert den Arbeitsplatz Grill. Oh mein Gott. Drei Bier für die Damen und Herren. Hallo. Hallo. Also, ich hoffe, dass ich mich wieder auf dem Weg der Welt. Aber ich hoffe, das tut mir. Oh mein Gott. So, ich hoffe, dass ich noch nicht. Ja, die Luftfeuchtigkeit ist bei mir auch unermesslich. Das ist echt ekelhaft. Also es ist auch nicht so warm bei mir im Zimmer. Aber die Luftfeuchtigkeit halt, die ist gerade echt abstrus. Ja, du sagst es. Also ich hatte da auch mit mehr gehofft, muss ich leider sagen. Oh, guck mal. Lala ist jetzt goldenes Mitglied. Cool. Darfst du jetzt gratis trinken? Ja, Prost auf dich. Danke und tschüss. Nee, gratis trinken durftest du leider nicht. Das wäre irgendwie lustig gewesen. Okay, dann schließen wir die Traverne erstmal. Okay. Dann gehen wir pennen. Okay. Oh Gott. Sehr warm. Wo kann man denn die insgesamten Bits anzeigen lassen? Also am Layout wollte ich eh noch dran rumspielen. Okay. Okay. So... Kann man eine Rangliste einblenden lassen in die? Ja, das ist eine Rangliste. Das will ich zumindest mal rausgucken. Ja, vielleicht muss ich das doch nach dem Stream machen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Alter, gucke ich mal. Ich wollte auch noch irgendwas mit der Webcam vielleicht noch ändern, dass das da irgendwie durchwechselt oder sowas. Gut Kwosta played. Es ist fit. Entfernung. Vielen Dank. Was war dieses komische Geräusch? Oder kann ich die Suppe jetzt nicht mehr? Doch, die kann ich. Kommt jetzt keiner? Oh. Ich glaube, Lala, du hast hier dauerhaft einen Zugang zur Bar gekauft. Das sieht so ein bisschen danach aus. Oh. Zwei Suppen. Ich hoffe, ihr habt guten Hunger. Oh. Zwei mal Wurst. Für Shell-O-Mart und Hanna. Und Yannick und Jabo Babo sind auch da. Zwei mal Suppe. Bitteschön. Oh. Zwei mal Wurst. So, bitteschön. Nice. Bier und Wurst. So, serve perfect food 100 times. Nice. Lala ist jetzt Stammgast. Zwei Bier und eine Suppe. Okay, eins, zwei, drei. Nice. Darf ich mal ganz böse Themen ansprechen? Was willst du denn ansprechen? Also, ich weiß ja nicht, ob ich die genauso böse empfinde wie... Oh ne, bei Burgergate bin ich wirklich raus. Das tut mir leid. Da kann ich leider nicht viel mehr zu sagen, sag ich jetzt mal. Ein Bier, zwei Würste. So. Ein Bier, zwei Würste. Ein Bier, zwei Würste. Okay. 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 Ja. Alles gut. Aber wie gesagt, das... Äh, bei dem Thema habe ich halt relativ viel Unwissen. Und da kann man viel Falsches sagen. So. Das ist ein Bier. Dann machen wir nochmal eben eine neue Suppe. Ah, noch einen Eimer Wasser holen. So. 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 Was kostet denn Travern 450. So. 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 Hereinspaziert. Hereinspaziert. Lieferung. Möbel. Get off, first. Find out. The, if you do want. retiene. To bet επιaría hitvertif 위 Mouse chung der makeshle y uh-h-UNER. Get off here, fi! Get off. Let's go, chung. Get off here. Get off. Get off here. Get off. In the right wing. Get off. Get off here. Okay. Someone feed the lady! Someone feed the lady! Das war's für heute. Richtig, richtig nice. Janik holt sich auch nochmal was zu trinken. Schmutzige Toilette, okay. Schelumat hat es dreckig gemacht. Ah, und eine Suppe. Okay. So, das kommt wieder in die Abwasch. Und bei Stufe 5. Neue Kunden, neue Möbel. Du, 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 du. Okay. Zwei Bier und ne Wurst. Oh. Oh. Okay. Unzauber gemacht. Dreckig. Oh. Oh. Nice So Also nichts mehr zu essen Nö Okay Wir könnten aber eben die Nacht pennen So Dann können wir wieder aufmachen So Ach Gott Assistenten einstellen Neuer Arbeitsplatz Ereignisse und Dekoration Okay Okay Wir sind geöffnet Oh ich kann die Fenster befreien Hätte ich mal von Anfang an machen sollen Wahrscheinlich kommen jetzt ein Haufen Gäste Weil die nicht mehr so scheppig aussieht Die Bude Aber hier ist keiner mehr oben Ne Ne Okay Ich bin echt gespannt wie Die Butze Stufe 5 aus Ne Stufe 5 sollte noch keine Veränderung machen Stufe 6 dann Sollte eine Erweiterung ran bringen Oh hi Hi Ein Bier Und zwei Würste Okay Hi So So Da kommen weitere Gäste Eine Suppe Eine Wurst Bitteschön Und das dann wieder weg Okay Oh Oh So So Thank you Bye und den hier noch rein so ok damit haben wir ich glaube 450 stufe 5 zwei wirst du Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eine Suppe und eine Wurst. Auf Wiedersehen. Lass mal Hallo sagen. Eine Suppe. Bia Bia. Bia Bia Bia. Bia Bia. Bia Bia. Und eine Suppe. Und ein Bier. Ja, okay. Hallo? Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Zwei Würste, okay. Eine Suppe, zwei Würste. 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 Okay, jetzt ist die Frage. Wenn ich die letzte jetzt verkaufe, wird das... Ne, wird nicht runtergenommen. Hmmmm. Goodbye. Bye. Inkeeper! Dann ne, oder? Dann ist den Geist bei я. Dann sind Sie ja vermuukommen. Sie wollen sie zu Hause eliminationen. Oh 450 liefern 5 1 2 3 4 6 6 Nice. Perfekt. Sorry, Drew, dass du so lange warten musstest. Das war der Liste. Das war die Liste. Das war die Liste. Ich habe das Liste. Das war das Liste. Das ist ein Liste. Vielen Dank. Vielen Dank. Verdammt. So, und dann machen wir jetzt das Upgrade Stufe 5. Nice, ein Grill. Ah, okay. Okay. Kaufen Sie Fleisch. Ah. Und hier können wir einen Feenhelfer werden. Neue Berufe für Helfer, Kellner, Koch, Barkeeper. Plus zwei Feenhelfer, Travern, Erweiterung, neue Kunden. Boah, für 3.000 Travern, Erweiterung, neue Kunden, einzigartige Gäste, neue Ereignisse. Ah, es gibt aber auch neue Dekorationen. Liefern, Dekoration, Set Nummer 4. Uh. Okay. Oh. Oh. So. So. Ich würde mal eben eine kurze Pause machen, mir was zu trinken holen. Also tut das selbe und eben auf Klo rennen und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich in der neuen Tagesschicht wieder. und gucken mal, dass wir noch mehr Geld verdienen und noch mehr Alkohol verkaufen. Also bis gleich. Musik Musik Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Siebenhundert Oh Ah Oh oh No Der Aufenthalt war nicht toll für ihn Ein Bier kommt sofort Eine Suppe kommt sofort Hallo und herzlich willkommen Und du auch Hallo und herzlich willkommen Oh Der muss auf Klo Oh 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 Good bye! Eine Suppe! Ein Bier und eine Wurst. 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 Zwei Bier, kommt sofort. Ein Bier und eine Wurst. Ein Bier und eine Wurst. Drei Bier und eine Wurst. Ein 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 Bier. Ein Bier und eine Wurst. Okay. Schneiden Sie das Fleisch in Scheiben, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und nach oben und unten bewegen. Okay. Machen Sie das Fleisch zart, indem Sie mit linkem Maustaste draufklicken. Dann drehen Sie das Fleisch mit der linken Maustaste um, wenn sich der Pfeil im gelben oder grünen Bereich befindet. Oh Gott. Mh, nice. Also hier krummelt es auch ein bisschen, aber das war es auch. Beispiel ein Bier. 意思 ist ja viel besser als das Projekt. Later nimmst den Hurt. Okay. 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 Oh Gott. Oh ja. Obwohl das habe ich heute schon gemacht. Ich hatte heute Nachmittag ein schönes Steak mit Kartoffelsalat. War geil. 700 kostet das Travern Level 6 Upgrade. Aber nur saisonale Gewürze natürlich. Ja. 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 Okay, dann machen wir die Taverne wieder auf. Taverne meine ich. Was kommt hier hin? Das sieht verdächtig aus. Oh, viel Spaß bei No Man's Sky. Ich muss sowas mal deaktivieren. Oh, wasser. Oh, wasser. Oh. 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 Nur schauen, ob ich die Stufe 5 Belohnung abholen kann. Ich drücke die Daumen. Verdammt, ich habe vergessen, Bier abzufüllen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Ein Bier, zwei Suppen. Ein Bier. 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 Oh. Okay, wir sperren einmal, weil wir noch Holz hacken müssen. No. Yeah. Okay. Okay. Und hast du die Stufe 5 Belohnung erhalten? Morgen bin ich nicht da. Ich bin erst ab Freitag wieder am Stream. Morgen habe ich eine Betriebsfeier. Aber einen schönen Abend hier und gute Nacht auf jeden Fall. Bye. Bye. Danke für den Follow Shadowguns. Ja, gerade eingesammelt Flammenwerfer für den Minotaurus. Nice. Das ist cool. Ah, hi. Ich kann Namen so schwer zuordnen. Tut mir leid. Mir sagt nämlich dein Name gerade so gar nichts. Könnte aber auch sein, weil heute so viele Kommentare da waren. Ah. Ah. Okay. Oh. Oh. So. So. Oh. 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 Dunkle Wolken am Himmel. Dann ab mit dir nach draußen und tanze mal ordentlich. Wie findest du jetzt die letzten zwei Wochen, sag ich jetzt mal, von Once Human? Ich habe die Basis nun auf sechs Servern gebaut und kann die einfach mittlerweile auswendig verteidigen. Läuft komplett after. Oh ja. Das ist richtig nice mit der Base. Oh ja. Oh. Ah. Oh ja. Also. Ich, ähm, kann mich dafür irgendwie nicht mehr, äh, wie, wie sagt man, begeistern. Ja, und mir fehlt die Lust, äh, den ganzen Grinds zu machen. Ja. Ah, dafür ist das Spiel richtig gut. Hast du schon das Eternal Land ausprobiert und da ordentlich gebaut und gefarmt? Weil das würde mich mal interessieren, weil... Ja... Nur einmal für die Quest, okay. Weil ich hatte gesehen, dass du über das Eternal Land kannst du zum Beispiel... ...große Farmflächen bauen für Gemüse und sowas, sag ich jetzt mal. Und dann kannst du die Sachen in dem Eternal Land Shop verkaufen, damit du die Ressource bekommst. Und dann kannst du die Ressource bekommst. Und dann kannst du die Ressource bekommst. Ja, genau. Ja, aber du musst das Zeug in diesem Shop verkaufen, damit du später genügend Ressourcen hast, damit das mit rüber genommen werden kann. So hatte ich das verstanden. Ja. 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 Doch kannst du wenn die neue Season anfängt dann sollst du Sachen von da aus Betrieb übernehmen können so Ressourcen und 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 was meinst du ohne xx und warum habe ich Tiktok kaputt gemacht und warum habe ich Tiktok kaputt gemacht Platz an der Theke okay wir sollten sonst immer als erstes im Video vor und jetzt und das letzte war da fast Was? Hm. An sich freut mich das ja schon ein wenig. Haha. Tja. Deswegen hatte ich das auch eingeführt. Weil ich das an sich auch ganz cool finde. Weil dann weißt du sofort, mit wem du es zu tun hast, ohne auf das Video zu gucken. Ja, verdammt. Was? Was? Ich könnte das gleiche Video aber auch nochmal hochladen und dann einfach einen Freunde drüber sprechen. So, und wir müssen jetzt bis 700 ansparen. Damit wir Taverne Level 6 bekommen, äh Taverne. Ah, ne Bestellung. Ein Bier und eine Suppe. Ja, ich bin. 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 Oh. 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 Ein einzelner Tropfen im Nachbarteil geht's ab. Ah, was ein Kack. Waspia. Hast du die Blurps gefunden? Ah, zwei Steaks. Verdammt. Ich muss, glaube ich, die Preise ein wenig anpassen. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal. Zwei Würste und Oh. Ah, amtlich hier unter Unwetterwarnung im Sauerland. Läuft gerade über den Ticker. Hm. Also die einzige Unwetterwarnung, die hier besteht, ist wahrscheinlich eher, dass es zu warm ist. Oh. Oh. Äh, so. Äh, fühle ich richtig Tauwetter für Dicke, ich gehe tot. Äh, wenn alles rot, Infobalken im ARD schon läuft, willst du nicht tauschen. Uh, nee, ich glaube, nein. Also ich als Dicke kann auch sagen, es ist eindeutig viel zu warm. Ähm. Oh. Äh. Äh. Für mich ist es auch zu warm. Regen. Hier sieht es katastrophal aus und zwar Sonnenschein. Oh. Untertitelung. BR 2018 Sollte Im Moment eben Bier abfüllen. So, äh, ja bei uns auch, aber bringt gar nichts, wird nur schwüler anstatt kühler, mhm, super. So, äh, ja, 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 ja. So, äh, ja, 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 ja. So, äh, ja, 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 ja. So, äh, ja, 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 ja. So, weitermachen. Oh Gott. Das geilste bei diesem Wetter, meine beiden Kids, Frau und ich haben Corona und Hitzewallung dadurch und dann noch diese Hitze, mega geil. Also, da würde ich ja straight up einen Pool kaufen und mich da den ganzen Tag reinlegen, wenn es zu warm wird. Ja, dann gute Besserung euch allen und ich drück die Daumen, dass es nichts ernsthaftes und konsequenzenreiches wird, sondern einfach nur eine simple Krippe. Danke und goodbye. Goodbye. Oh, was ich empfehlen kann, das hört sich zwar ein bisschen bescheuert an, aber ich habe, äh, bei mir, äh, einen Luftentfeuchter stehen. Und der macht zwar ein bisschen Hitze, aber sorgt dafür, dass allgemein die Temperatur im Haus echt gut runterfällt. Ja, und Ventilator steht hier aber auch, aber den kann ich während des Streams nicht laufen lassen und die Klimaanlage wollte ich nicht anschmeißen, weil die auch zu laut ist. Aber zum Glück geht es aktuell bei mir. Ich glaube, es sind 26 oder 27 Grad in der Wohnung. Ah, sagen wir eher 28 Grad. Ah, ja, 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 ja. Oh, was ein Kack. Oh, was ein Kack. Oh, zwei Bier. So, aber wo wir gerade von Temperaturen sprechen, ich reiß mal hier die Fenster auf, weil laut App soll es draußen bedeutend kühler sein als hier drinnen. So, um die 8 Grad Kühler. Also, bis gleich. Thanks, darling. So, um die 8 Grad Kühler. So, ich hab noch ebend hier, wie heißt der Kack? Was stand hier? Troll Property? Okay. Nice. Ähm, ich hatte noch ebend ein Kopfkissen aus der Waschmaschine geholt, weil... ...dass er dort für Störungen gesorgt hat. ...dass er ist. So, ich will mal gucken was da hinten mit dieser, mit diesem Ding, das sich auf sich hat. Mit dem umgestürzten Baum meine ich. So, ja in meiner Gaming Etikä sind auch gefühlt auch 10 Grad mehr als draußen. Ja, das kann ich nachvollziehen, ähm, das Schlimme war die 28 Grad waren in meinem Schlafzimmer und in meiner Gaming Ecke, da habe ich den Temperaturfühler noch nicht integriert, das sollte ich aber auch mal machen, den könnte ich eigentlich straight up über mir hängen, dann könnte man einfach mal gucken wie, wie warm das hier in der Ecke dann ist. Ah, das ist so ekelhaft. Ich bin nur heilfroh, dass ich den, äh, Ventilator hab, der macht wirklich alles besser. Ah, das ist so. Das ist so. Kann man schwimmen? Ne. Ne Alpha Wand. Willkommen in Hobbingen. The famous Gryffel. Oh, nice. Haben wir noch einen zusätzlichen Tisch erhalten? Und nein, ich bin nicht gestorben hier. Kann man zum König. Ohne Einladung können wir nicht ins Schloss. Okay, schau' D. Oh, nice, ich habe die Treasure gefunden von der Treasure Map, geil, durch die, oh ja. No Drone was erlaubt. Wieso liegt hier eigentlich ein Boot rum? X und Y. Nice. Okay, dann können wir wieder öffnen. Hat nicht geklappt, leider. Und der Betonkünder Drache ist wieder, was? Wie ist denn sowas passiert? Was will du dich wieder öffnen? In Kieper! Ich glaube, ich konnte das nicht schließen und habe da Welt auf die Tasten rumgedrückt. Was anderes könnte ich mir nicht erklären. Danke und tschüss! 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 Will jemand einen hübschen Reise? Wurst und... Nice! Bitteschön! Und du kriegst auch was zu essen. Ein Bier! Oh! Oh! Dann wirst Du ja dich weg. Dann funktionieren wir denn. Danke, wie ist es? Deswegen lasst das Kieper an die Tür. Was ist wirklich so richtig? Was heißt... W�i! W�i, W�i. 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 Ein Bier und ein Stück Fleisch. Ein Bier und ein Stück Fleisch. Ein Bier und ein Stück Fleisch. Steaks. 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 können die geld verlieren anscheinend bier und suppe die die Inkeeper! See you later! Okay, jetzt brauchen wir zweimal Wasser. Oh, da verschwindet das andere, okay. 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 Nice. Hey, wir kommen zurück. Ah, Feierabend wie das duftet. Locker, frisch, kräftig, braun. Ne, war i. Wie war dein Sushi? Okay. 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 Achja, Shadow. Mit Ale kannst du der Bar beitreten. Wie Yannick hier zum Beispiel. Der Raid war auch toll. Grüße zurück. Dankeschön. Und was habt ihr geradet? Oh, ein Bier. Will someone serve a hungry traveler? Ein Rathalos, ein Paar für ein Pet. Ah, in WoW, wo wir jetzt hier gerade in einer WoW-Umgebung sind oder in einem anderen? Ah, Final Fantasy Online. Okay. Oh, danke fürs Geld. Hast du Geld fallen lassen? Nein, schade. Ach, aber muss ja nicht immer unbedingt WoW sein. Hey, dankeschön. Danke fürs Bier. Dankeschön. Dankeschön. Danke fürs Bier. Dankeschön. Was tun sie da? Oh, 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 tut mir leid. Das, ähm, wollte ich jetzt nicht, äh, äh, Yannick. Das tut mir echt leid. Oh, 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 oh! thanks for the daycare creature, erin, die nicht merken, oder was was ist, ouvores居 Vai und Es tut mir leid. Ah, ich habe festgestellt, du brauchst nur einmal Ale eingeben. Und dann bist du dauerhaft mit drin. Ich hatte nur vorhin einmal das Spiel neu gestartet, weil ich gucken wollte, ob ich ein Gnom verloren habe. Oder nicht mitbekommen habe. Und ich habe eine Bratpfanne. Er tut mir sorry. Ich habe nur noch eine Bratpfanne. So, dann schließen wir den Laden mal eben und pennen eine Runde. Goodbye. Äh... Mein Kind, du siehst müde aus. Wie viel, was ich können wollte. Ich? Nö. Ich hole nur gerade aktuell sehr viel Schlaf von den letzten Wochen nach. Was ein bisschen eskalativ ist. Ich habe jetzt im Durchschnitt in den letzten drei Tagen 36 Stunden gepennt oder so. Also, es ist alles ein wenig bescheuert. Ach, verdammt. Komm, Schlaf, Beste. Ja, überschlafen macht auch müde. Auf jeden Fall. Aber, ähm... Wie sagt man das richtig? Ich, äh... Wache nicht auf und drehe mich um und schlafe dann weiter oder sowas, sondern... Das ist wirklich... Ich pennen ein und dann... Magie und dann bin ich wach. Also, das ist... richtig nice aktuell. Also, ich hole wahrscheinlich richtig, richtig... richtig, richtig viel Schlaf nach. Der beste Schlaf ist, nachdem man pennt ein und wacht erst wieder auf, wenn alles wieder gut ist. Nee. Wenn ich im Gym war, dann habe ich noch zwei Tage da was von. Also, das kann ich leider so nicht bestätigen. Ich habe das aber, ähm... Nachm, ähm... Fahrradtraining, also Fahrradfahren. Da habe ich das so ähnlich, dass ich dann echt... richtig nice pennen kann. Und es kommt darauf an, was ich abends esse. Also, da wollte ich jetzt ab... Diese Woche ist noch erstmal kackegal. Aber, äh... Danach werde ich, äh... Wieder die Ingredients umstellen für die Mahlzeiten. Das heißt, ich werde abends vermehrt auf, äh... Eiweißhaltige Lebensmittel zurückgreifen und... nachts dann nochmal ein Magerquark essen oder sowas. Aber damit kann ich bedeutend besser pennen. Die weiß die gute Dinge nicht zu schätzen. Okay. Feinster Magerquark. Sagt das mal meiner Frau? Okay. Ja, also... Magerquark zum Einschlafen. Oder... Also... Ich esse so um 21, 22 Uhr. Also wahrscheinlich dann eher um halb elf. Ein halbes Kilo Magerquark legt mich dann ins Bett. Und damit kann ich perfekt pennen. Naja, aber... Das Wichtigste von allen ist, ist... Darf ich die spammen? Boah. Ist mir egal. Musst du... Mit dir selbst ausmachen. Ja, ich... Ich... Ich merke das schon. Hallo, 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 hallo. Was ist das? Hehehe Hahaha Aber ich habe einen neuen hinzugefügt. Ich habe hierhergebracht. Tee finde ich gut. Ich finde Hallo muss oft eins. Das soll ich hier ja nicht überhand nehmen. Na komm, bestell eine Suppe, Shadow. War klar. Da will er ein Steak haben. Ich weiß nicht. Mir geht das ja jetzt schon auf den Sack. Du siehst aber sehr weiblich heute aus. Na Janik. War klar, dass du die Wurst nimmst. Danke fürs Essen. Dann ist Tarnung, da wird der Wirt verführt und so. Okay, dann viel Spaß auf der Toilette. Oh ne Suppe. Geil. Oh Janik hat Geld verloren. Hehehe. Und Shadow hat die Toilette verstopft. Was ist denn los mit euch? Da war das Steak doch zu viel. Ganze Schwein aufs Toast, aber nur halbe Scheiben Toast wollen wir nicht übertreiben. Hehehe. Hehehe. Ich möchte das hier schon, ey. Hehehe. Danger. Nee. Das ist jetzt nicht gut. Danke und Tschüss. 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 Spannungsgeladene So, jetzt machen wir das Upgrade auf Stufe 6. Oh, jetzt kommt Magie. Wurde angebaut. Oh, die Leiter ist umgefallen. Hier hat sich nichts verändert. Oh. Äh. Okay, nice. Neues Tablett. Feenhelfer, den kaufen wir direkt. Lieferung Möbel. Oh. Jetzt haben wir drei Stück. Oh Gott. Rose, Kellnerin. Coole Sache. Oh. 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 Okay. Okay. So... Oh nein! Der Gnom ist umgefallen. Schade. So... Einfacher Tisch für 6 erhalten. Okay. So... 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 Mein Lieber... Das Bierchen noch... Und dann ist gute Nachtlang gesagt. Okay. Ähm... So... Ähm... Amen. Ja, auf jeden Fall und schönen Abend dir noch und danke fürs Vorbeischauen und ja, äh, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Kann ich bei dem Assistenz bestellen? Schade. Outlands Village Watermill. Hm. Okay. Hm. Was? Ach ja, ab morgen, once human, Tiere zähmen und vieles mehr. Was? Wo kommt das denn jetzt her? Und das soll dann einfach ab morgen funktionieren? Ach, verdammt. Macht der Koch? Macht der Koch das auch? Ja. Ja, morgen kommt ein riesen Update. Oh. Oh, interessant. Dann muss ich da auch mal reingucken. Oh. Wo kocht der jetzt? Oh. 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 Oh, dankeschön. Oh, dankeschön. Dann guck ich da mal nachher rein. Dankeschön. Danke für die Info auf jeden Fall. Sch. Schssst. 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 Oh. Wir sono siamo, per gli indemnischi, verschle юm Ariiston Campus. oh die kommen dann okay ja oh i'm so thirsty so warte mal wenn wir jetzt ich speichere einmal eben das spiel auf englisch stellen vielleicht kann ich das dann besser verstehen was hier steht improvement hiring assistant sind so 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 okay wurst und steak so 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 Oh Gott, hatte ich hier auch noch das... Ups. Kann ich nachvollziehen, ich habe zum Glück Urlaub, weswegen ich das dann mir morgen mal angucken kann. Ja, mal gucken, ich bin gespannt auf jeden Fall, was da so bei rumkommt. Nice. Äh, Suppe, Wurst und Fleisch. Oh, Server sollen... Okay, das ist nice. Das war ein richtig gutes Update dann. Hm. Ja... Ich dachte nur, ähm... Oh Gott. Das, äh... Du kaufst ja nur Design-Sachen und mehr doch nicht, oder? Das war's. Und das war's. für 400 euro ist ein bisschen übertrieben finde ich aber wenn das spiel spaß macht dann ist es das ja vielleicht wert je nachdem wie viel wie viele stunden man daraus geholt hat ist es dann preislich vielleicht den ganzen auch wert aber ich mache sowas eigentlich generell eher weniger ja 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 Das war's. den koch sollten wir dann doch etwas ändern taschengeld ihr habt das spiel nicht nur durch und habe also dann ist das für mich wiederum in ordnung bei der anzahl an stunden und spaß den man da offensichtlich drinnen hatte finde ich dann die anzahl in ordnung aber es gibt schlimmer was auf jeden fall so Ja und mehr Geld Ich bin auf jeden Fall auf die nächste Saisonreise gespannt, wie das Ganze laufen wird. Weil das Prinzip dahinter habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja Aber du Dein Charakter wird doch wieder auf Null zurückgesetzt Oder nicht Genau Char wird auch zurückgesetzt Aber Gewisse Sachen bleiben ja Erhalten so hatte ich das verstanden Ah Ich wollte kaufen Ich wollte es nicht mehr 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 Das war's für heute. So, alle werden ab ins Bett, bis zum nächsten Mal in den Leuten, die du gefunden hast. Genau, und Währung bleiben auch. So, gut nachti, nun aber wirklich, dann schlaf gut und schöne Träume und so weiter und dann bis die Tage. Tschüss. So, ich wollte aber eben nochmal gucken, ob hier in den Diskussionen irgendwas drin steht. So, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, was ich gerade noch gelesen habe, wenn die Ferry stuck geht, muss man das Spiel neu starten. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Okay. Nice. Oh lord, I need a drink. Wow. 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 Okay, ich würde mal eben das Spiel neu starten wegen der Elfe. Oh. Oh. Let's cut my update. Nice. Nice. Okay. Oh. 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 Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. So, und dann müssen wir den ganzen Kram hier abarbeiten. So, und dann müssen wir den Kram hier abarbeiten. So, und dann müssen wir den Kram hier abarbeiten. So, und dann müssen wir den Kram hier abarbeiten. So, und dann müssen wir den Kram hier abarbeiten. So, und dann müssen wir den Kram hier abarbeiten. So, und dann müssen wir den Kram hier abarbeiten. Oh lord, I need a drink. Oh, oh. bei uns hier ist überhaupt nichts also das ist echt katastrophal hätte ich auch gern die 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 Ja, ich bringe dir etwas Wasser. Ja, ich bringe dir das Wasser. Someone feed the lady! So, noch ein Steak. 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 Und nochmal Wasser holen. Und nochmal Wasser holen. Wasser holen. Eins, zwei, drei, vier. Ja. 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 Gehen wir mal eine Runde schlafen. Dann wurde es nicht zurückgesetzt. Gehen wir mal eine Runde schlafen. Gehen wir mal eine Runde schlafen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und dann bis spätestens Freitag und eine gute Nacht. Freitag dann wieder ein paar Reacts gucken und dann machen wir in Entschrowded weiter. Gehen wir mal eine Runde schlafen. Gehen wir mal eine Runde schlafen. Nacht und Schlaf gut und dann gucken wir auf jeden Fall die Tage nochmal hier rein. Ich denke mal, vielleicht kriegen wir das sogar durchgespielt. Mike Keegan, ich bin gespannt. Wir sind jetzt auf Stufe 6. Wenn uns die Quest durch ist, können wir Stufe 7 kaufen. Und da bin ich gespannt, weil neuer Arbeitsplatz und Assistenz einstellen. Da bin ich sehr gespannt. Und die Feen-Upgrades, die lassen wir erstmal weg. Genau, also, euch eine gute Nacht. Schlaf gut und dann bis Freitag. Morgen findet kein Stream statt. Also, cheerio und auf Wiedersehen. Macht es gut. Gehabt euch wohl. Und ciao.